Prozent hier mit Alex Prozent darf sich überhaupt zu nennen alle abonnieren ich hab noch kein Zuschauer Digger ist weiß auch es weiß auch keiner dass ich Prozent hier die jetzt Prozent würde weiß ich weiter ich muss ja sagschi mal ein bisschen ja 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 Was ist das? Was ist das? Und kann man selber nicht, alter. Ach, war's mal, wohin? und und dann kommt Nein. Nur mit der PS4. Aber warte mal, wenn ich auf YouTube... Warte mal, ich... Warte. Warte mal, ich bin mal kurz weg. Warte mal, ich bin mal kurz weg. Warte mal, ich bin mal kurz weg. Warte mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. mehr kommen bei mir ja okay komm ich komme bei dir ich bin schon bei dir zwei er war alles sondern mehr abonnieren alles gleiche die hat die jahr das ist Aja Heimus hat die Garde du Schwule letzten Jahrzehnten das habe ich nicht gesagt weil das er ist wirklich erst wenn ich in Schule gekommen in Deutscharbeit der Lappen alter so ein so kennt man ihn alter so da zum Beispiel ganz oben Bildschirm an auf dann auf mein Kanal warte mal was ist für ein Lied alter ja mich findet man auch nicht die Scheiße alter ich schwöre ja mein Account wird ins Asitv 2.0 alter früher konnte man mich easy finden und jetzt alter alle meine Äntchen in h muss das so ein Fettsack Alter nein Boah, mein Controller ist gerade runtergefeilt alter ja 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 auch nochmal gut er weiß noch mit meiner Flasche Alex ja 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 Lappen kann ich mitgucken aber auch bei dir oder der ist so Ehrenlust und er es hütscht auf so Standard Skilled oder so easy weil sie das so sagen so oh my God oh my god yeah ja immer ein Bildschirm ist voll klein Alter so ja ich weiß hat mein Bruder mir früher auch gemacht also ja geil alter beste Waffe digger echt jetzt wie was soll ich mit der Waffe warte 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 ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich habe ihn du hast dich selber erzhaft gekillt das passt die hier warte mal ich brauche das hier das geht doch gar nicht komm herkomm 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 her bleib stehen der hat einen Hit bekommen der hat einen Hit bekommen nein und ich habe keine AR ja hol dich nicht der hat auch eine Tag ja man sie geil was wurde besprochen nicht im stream ach so es war aber draus muss muss raus wo wir sind so dumm ich hatte eine hier Kanone und wir Dummies haben die nicht benutzt ja ja ich weiß also ich bin auch krass war zum beispiel muss man wieder kurz weg so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Scheiße, ich muss röpsen. Vielleicht gehe ich wegen röpsen durch. Wo bist du denn gelandet, wer hat dich gekommentiert? So heißt es, da, und dann müsst ihr, ja, kann ich nicht, also ich weiß, wie das geht, Alex. Das schicke ich jetzt. Guck mal oben. Nein. Doch. Doch. Dr. Best. Sagt der Dr. Gamer. Hier, ich habe, ich habe doch da geschrieben, äh, hier. Äh, ja. Nein, gib mal genau das, äh, genau so geschrieben, wie das da ist. Nein, Alter, wie geht das? Was? Warte, erst mal probiere sich zu retten. Ja, wie geht das? Gegner, Allah. Warte, warte, bei mir sind noch Gegner. Ja, Digga, ich bin tot. Ja, ich weiß, ich bin noch krass. Was? Die haben halt Metz, Alter, die haben ja unnormal Metz. Ja, Digga, von hinten auch noch, Alter, die sind halt die Besten alle, ja? Ah! Hä? Welche drei Punkte? Soll ich auch, äh, äh, ähm, Dingens, äh, teilen gehen, oder wie? Teilen, WhatsApp, Alexa, so. Aber, 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 du musst dich abonnieren. Also, das ist klar, ne? Also, du musst. Ja, ja, das ist wichtiger. Wie heißt es, aber auf, äh, äh, ähm, YouTube? Ja. Ja. Jungs, z2. Mit 28 Abonnenten, das neue, äh, das Fortnite- neue Live-Event in Fortnite. ja aber das tut schon weh als hier ich hab dich schon abonniert also nur damit du bescheid weisen ja Mach bereit, mit zwei Zuschauern. Achso. Ihr alle Nils abonnieren, da hat der Recht, Allah. Achso. Nee. Nee. Ach der. Nee. Mach einfach breit. Hä? Warte mal. Nö, jetzt halt's mir, alter. Warte mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nene ich meine anderen da kommt noch ein anderer ich glaube er hat aber nicht so gute Waffen okay ja genau der findest du Digger du findest ja auch nur Gegner also du hast so Pech wer man hat das die Leia auf jeden alter scheiß bürst alter versuchen mich zu kehren der eine hat uns gar nicht ich gucke halt nicht achten bis auch tot ich muss das abhören das ist aber privat ich die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ähm... Ich hab die ganze Zeit geredet so, Alex, Alex, Alex und dann kommst du. Ich höre dich nicht, also, äh... Direkt wieder dahin? Digga, ich will mich nicht verarschen. Was ist so gesagt? Ne, das heißt 2FA. Ne, ich geh hier nicht hin. Hier gehen so viele Leute hin. Ne. Wow, jetzt kann ich hier nicht mehr. Alex. Danke euch, ein Ehrenmann, man. Ach, Digga, heilige Scheiße, Macaroni hier. Ich werde dich holen. Und das... Oh mein Gott! Lila Niska! Hat's Maul! Nein, ich komm nicht schrecken, weiße. Tils, komm, schrecken! Oh nö, alter. Bastiz, alter. Oh, ja, Pamp! Oh ne, scheiße, egal, einfach retten gehen. Scheiß auf, Pamp, wallah. Da seh' ich's schon. Hä? Ja, okay. Nein, komm! Ja. jetzt ruhig okay blau tag ich lasse dich nicht im stich ja normal auch der hat eine mp hier ich bringt mir egal auch der hat eine blaue mp ich dachte was wir jetzt wieder so ein scheiß ja ich kann halt nicht mehr da drauf als er weißt du ich weiß digga bin ich dein blöd alter alex weil ich so eigentlich wie blöd ich gerade bin digga ich weiß mache ich auch nur noch eine minute ich hab dir ja auch an der digga warum bin ich eigentlich immer so blöd alter weil ich habe ja gerade eben gesagt ich bringe ein medkit mit hier war gar keiner war das ist aber dort ist weg 9 ja ich zieh einfach durch ich假 da waren doch welche egal schluss drauf ja ja ich ach so ich kann gar nicht währenddessen die sachen droppen hier ist noch nun ist noch nun aber ich kann mir ja jetzt was mir die können sogar lange na ja egal kommt jetzt gut jaja das ist ehrenlos dann so grüne tag ist da Maschinenpistole mit 19 Schuss will ich nicht hier stein hier stein oder ne was ist das ja was ist das das macht schaden und vorliegt so ja nein wie viel nirgendwo die Welt für die Welt hast jetzt mehr Mon Digga, was ist? Ey, hier ist noch ein dieser XP-Stein. Dieser XP-Stein von Weeping Mutz, weißt du noch? Hier ist auch einer. Es lag, es lag zu, krass, brav. Hier, genau da, wo ich bin, muss er sein. Wie viele Zuschauer hast du? A-S-Leck, doch. 26, 26 Zuschauer. Was hat Muster denn geschrieben? Ja, aber, aber dann sagt dieser Vivi, ich hab gesagt, dann soll die aufhören zu nerven, wenn die bei dir im Zimmer sein soll. will. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, aber guck mal die Sohne an. Da hinten sind Gegner. Da. Nein. Nein. Ich gehe, ne? Weil, guck mal, wenn jetzt bei FRAZY FARMS einer geht und die SCAR nimmt, dann, ähm. Das ist noch ne Chess, ich mach' auf Risiko. Ne blaue Tech. Siehst du, blaue Tech? Ja, ja. Nö. Doch, klar, komm her. Ich hab' schon mal ne. Warte, lass die zwei Mädchen jetzt liegen. Und tauscht die gegen das ein. Was heißt, ihr geht's? Ach so, ja, ja. Ja, ich auch. Da Gegner! Pst, 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 pst. Die haben uns gesehen. Die haben uns gesehen. Nein. Nein, haben wir nicht. Ja, ja. Nein, nein, nein. ja ich weiß so ist es auch wenn das so weitergeht muss ich den leistungen live fühlen wir endlich ja bald ist so lebt die kacke nein 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 dirg Mann, Digga! Deine Schwester fackt voll ab, ich schwöre! Sorry! Schülerhilfe! Profi-Nachhilfe ab 8,70 Euro pro Unterrichtsstunde. Hi, ich bin Katharina. Ich bin... Ich bin... 取if es, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Okay. Und da weniger? Nein. 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 Ja. 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 steht ich halte noch mal dabei auf ich weiß nicht wo der ist ich sehe den sie ist schnell Richtung Westen Geh Richtung Westen ja ähm wird nun schon gezeigt wo Westen oder was ist doch klar ohne Teil da wird nur bei München gesteigt ist er in dem Haus oder wo ist er nein du hast was sagt das versteht ja ja aber ich hab nicht gesehen wo ich hab gesehen dass er hier hingegangen ist aber nicht mehr wir haben verloren aber ich nehme Bandys Kanone mit als 10 BND ist echt ja shop hat nix nur Müll ich hätte gerne Tag sì vielleicht ist er noch irgendwo wir wissen schon doch ich hab ihn doch noch gesehen ok dann verfolgte ihn ich suche mir eine tag weil ich laufe nicht aus die zone aus der zone ja die wolltesten tag hier ist eine markiert ich will sehen ich habe schon ich habe eine blaue gefunden aber ich nehme die grüne aber ich nehme die blaue ich nebenbei müssen gegner gibt mir die tag und wird weiter gesehen danke okay let's go da ist ein jüdner irgendwo da hast du gesehen ich hatte schild ja ja dann hier komme ich habe immer reserve oder immer immer später bist du noch da ja ich bin noch doch okay gut wir sind live ich weiß du sollst nicht rülpsen in live streams ja die steigern aus versehen ich habe gerade eben aus versehen aus aus versehen extra rülpsen okay herr aber alles von worte ich sehe ein gegner ich darf ein dach du gehst genau auf den zu hochbauen nein hause schatten runter geschossen und von der sitz ich habe nicht so viel ich habe nicht so viele monen außerdem kriegt er eh keinen fall schaden ich habe kein bisschen reingespielt ja jetzt halt dass ich glaube nicht ich bin gerater ist ja ich auch ich war halt schon ein der ist hier ja komm hol den ja dann wird es spielen ich habe nicht ab ich habe gar nicht zugehört wir können zuviert spielen dann können wir mit auffüllen spielen ja das ist ja kein problem so wovon feierst du peter der nachtbar ist denn er feiert schon öfters ok wieviel ist das gerade es ist nur 18.44 Uhr wow wie schnell die zeit umgeht und nur für eine stunde das live event ne ich bin ja nicht in einer ganzen stunde in ja ich weiß ungefähr ich sag doch ungefähr leute ja ich bin in äh 55 sekunden eine stunde on also live echt jaja ich weiß jetzt ich bin krank ja sicher ich feier sein fried oh mein gott tschüss tschüss was heißt überhaupt tschüss keine ahnung live stream ist gelöscht live stream ist gelöscht das war ne leckere fastbrose wie wild was sind fastbrosen ähm das ist soo das ist soo halt fastbrose kennst du wirklich keine fastbrose ich mach mal der name sagt mir nichts ähm ich mach ich ein das muss mal probieren ich mach mal jetzt n timer an der geht so 20 minuten früher ne alarm plus alarm plus also wieviel uhr ne machen ich mach jetzt timer um neun um 19 uhr 40 sollte gut sein oder 19 oder 19 jetzt 19.40 ist timer direkt aus der runde raus ne höchern höchern jetzt war er muss auch sound an machen ne ok hörte uns an ok wo landen ja holly hat jetzt ist jetzt nicht in der nähe hey jetzt hörst du nicht mehr ne bei dessen vielleicht lang ich mal gucken ja können wir landen ja ok ähm ich hab thema gemacht ne ja ja oh mein gott gleich ist es geht's los ne hallo ist da jemand ja ich ne ich mein dieser eine da das so der andere wir sind ein paar im gruppenchat wir können ihn anschauen doch klar nein wir sind im gruppenchat nein wir sind im spielchat nein spielchat kommen wir gleich um kanal ist verfügbar wir können wir sind im gruppenchat wenn du wirst kommen wir im spielchat umschalten naja oh mein gott aber ich bin so gehypt auf das live event ich geh hier das erste haus ey wenn jemand mitkommt ne ja alex danke hä ich bin da gerade drauf zugesteuert ja sowieso kein bester was soll ich mit dem wg menschen pistolop ähm nila sei froh dass du hier nicht gelandet hier bist hier sind ne pistolen warum landet man hier freiwillig hier sind ne pistolen ey meine schwester defakt die hat gerade eben so abgefragt ok hat ne gründe tag aber auch nur pistolen von alex ich höchste auch ey aber fast nicht wir ey wenn du das sehen solltest ne du bist ne nervensäge 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 wie wir sind die ganzen ordnung das geht eigentlich könnte sie ja im grunde mit hier ist ein sniper ja ok hab ich schon ey wusstest du geschenke gibt es wieder ja ich hab ne golden sniper jetzt wusstest du es geschenke wieder gibt ja was hältst du davon ja glückspilz ähm aber die geschenke sind viel zu überpauern ja für weihnachten ist ähm schon ein guten geschenk ne ja muss mal alles sagen muss weil es ist ja nicht die ganze zeit drin ne nur so an weihnachten bei mir sind gegner bei mir ist ne tag falls jemand braucht ähm jetzt sollen wir kommen da ist das noch unter kontrolle ne kommen bitte ähm ja steh da hin nein digga scheiße verhebt den verhebt den schnell kommt beeilt euch ja ich komm ich komm ich komm das snipe ne warum komm äh dieser eine nicht komm Alex bitte schnell Peter komm doch Schildbreak nein der Schild der äh finischt mich gleich danke digga Ehrenmann habt ihr es? lebt ihr noch? ey Peter danke dass du den von mir nimmst ne ey kann ich ein Sturmgewehr ja nur eins ey kann ich ein Sturmgewehr bitte gegen die Sturmgewehr kriege ich eins bitte da ein Sturmgewehr ich kann mir ein graues Sturmgewehr mega geil oh danke mega geil was habt ihr für loot was habt ihr für loot? ist ganz gut ähm ich trinke jetzt ein BG ne nicht nein nein hast du Minis? ja oh gib her hier hinter dir schwul ja ist eh nicht ich brauch zwei ne ja aber ich äh blut ja ok dann trinke ich einfach ein BG dann hab ich 75 ist ja ein Schlamm hab ich wieder loot spots ähm ok ich hab ganz geilen loot für den Anfang wir sollten mal in die zone gehen ne ähm ja 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 oder 50 Sekunden ist jetzt nicht allzu viel aber wenigstens auch nicht sowohl Mikrofon Audio äh sich als das Spiel werden übertragen ja heißt alles wird übertragen oh das dauert mal wie wenn es jetzt gleich läuft was haha wie viel jetzt grad eben eliminiert werden muss ich gar nicht sagen Scheiße was ist ich hab äh Dingens äh gar keine Mund für Pump oh mein Gott ich kann dir so viel geben ey kannst du mir auch geben und ich hab nix für stormgewehr digga Ehre äh hat jemand Stammgewehr auch nicht ach nimm doch nie ach ey kräg ich auch ey Peter kannst du mir bisschen Stammgewehr auch auf aufheben bisschen äh wie viel hast du denn 36 ach so ungefähr einmal mehr schießen leute bleibt bei dem anderen der ist gut ja echt ja der andere ist gut ok danke ey was ey was Peter wie bist du auf deinem Name gekommen ähm meine Schwester zufällig hat er eine Schwester einfach eingegeben ja ne man keine Ahnung na pass ihr habt alle irgendwie irgendwie von den Eltern oder so Hilfe bekommen ne nein weil ich keine Ahnung ich weiß ich weiß wie würdest du dich nennen Spidey Player echt n cooler Name warum machst du das nicht ja das ist der Account von meiner Schwester ey dann wechselst du den Account ey Leute wenn er jetzt sie nicht mehr ich mach komm wir sind beste Freunde guck mal was im Zelti los ist wartet mal nein bleibt hier Peter bleib in der Nähe wenn dann alle nicht einer geht vor und einer droht da sitzt das müssen los ich komm mit euch ich könnte wo gleich ey Nils mach dir nichts draus gegner 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 ja ich sehe die ich sehe die ich sehe die oh man ich glaube die haben uns gesehen ne wir haben die ja ja flüchten ne das Spiel ist okay sorry musste sein aber die werden von beiden Seiten attackiert ne einer wurde davon gekillt von unserem teammate ja der ist aber so knapp echt ich hab gehört für mich sah das aus wie ne ne für die laufen auf die Brücke dort hinten ne ich ja ja oh nein die haben sich scheelt gerückt wir sollten nicht pushen gehen muss ich alles sagen was meinst du so ich bin 0 warum sagt ihr nicht 24 24 24 ey wenn einer von euch die mit stil ne dann bist du raus ne dann geh ich auf er hat sich wieder kirk gegönnt der beng ey wir sind live sorry okay 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 schreit mit an ne wer hat mich gerade weg geboostet wer hat mich gerade weg geboostet und da eine andere spieler ich krieg ich gleich ich krieg ich gleich pass auf der wurde gesnappt ne ich hab null was soll denn aber wir haben ich habe ich hab ein Headshot, hab ein Headshot was soll ich machen ohne Waffen? komm doch mit! der hat mir meine Waffe geklaut ich hab dir deine Waffen nicht geklaut dann war's doch der andere der andere jetzt seid mal ruhig was soll ich denn machen ohne Waffen ey Peter ey da ist meine Waffe ne alter Alex das mein ich hier werden nur Kills gesteilt das war mein erster Kill okay und ich hab dir grad eben den Kill nicht abgesteilt ey lass mal hier das sind noch eine Stunde ungefähr eine Stunde, sechs Minuten nein mich schreckt das auf wird einfach irgendeiner meine Waffe geklaut da spielen wir einfach zu dritt ne ey warte komm ich diese grüne Waffe die da liegt nehmen ja darf ich das Sturmgewerder Gegner als Gegner wieder alter wie viele Gegner der noch okay danke hab einen genug what the fuck 10090 Meter respekt warte mal ich sollte auch hochgehalten wird hier bitteschön danke das war mal krass ich sollte hätte echt keinen Bock dass der jetzt hochgehalten wird hier ist noch ein xp stein echt jetzt wo bist du hier und hinten wirst du die pushen gehen ja normal geh ich die pushen na warum die Daten ein die sind zu dritt ja okay doch die müssen die Zonen aber vielleicht auch ne es ist wieder einer einer lo ich brauch Hilfe Hilfe ja ich kann nicht ich bin nicht in deiner Nähe nein digger Leute alter tschau Leute tschau ich schwöre Wallah tschau 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 das einzigste was du machst ist clown schön alex alter tschau tschau Junge JUNGEE tschau warte da geh raus ja hol meine key hör dann genau der genau der war low ja ne digger na ne man das ist so dumm weil der eine spieler was macht denn der läuft weg ne ne alex Ja, nächstes Mal spielen wir nicht auffüllen, okay? Ja. Ich mach nicht mehr auffüllen, das ist so ehrenlos. Der Knotwaffen, er läuft weg, was macht er? Das einzigste, was er macht, ist ärgern. Muss ich fragen. Was musst du fragen? Mama, bei mir das Fenster zu. Alter, so ehrenlos. Ne, sorry, von mir jetzt erst das Video, dass Nez so ausrastet. Und bei mir, dass ich so ausraste, aber bei mir könnte man es lang. Ey, Leute, ich hab doch gesagt, nicht pushen. Ich bin nicht pushen gegangen, aber trotzdem... Ja, ist jetzt... Ja, aber was macht der andere mit Spindern? Ich mein, ich mein Peter. Was hättest du denn gemacht, wenn du einen gesnipet hättest, der genockt wärst? Hättest du ihn einfach wieder aufstehen lassen, oder was? Ich hab ihn doch so gesnipet. Ja, wenn er auch gut sein wird. Peter, 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 Peter. Ja, wahrscheinlich als er denkt, es geht auch einer von denen kann hier mit, ne? Ja. Und außerdem, und außerdem, wenn die alle los sind, natürlich geht man da pushen. Du bist ein guter Fortnite-Spieler. Alles ist wenigstens mit mir gegangen. Nachdem du tot warst. Ja, ich auch. Aber ich hab halt auch richtig ein Kill-Obsache geholt. Ja, ich will auch. Hauptsache ein Kill-Obsache. Und wie du guckst, ne? Wie du guckst, ne? Boah, ich hab jetzt schon keine gelost. Ich will lieber Crossout eigentlich spielen. Jaja, aber willst du Live-Events sehen oder nicht? Das ist auch deine Wahl. Du kannst von mir aus Crossout spielen. Was denn? Das ist in einer Stunde genau. Naja, aber wir sind die Crew. Wir wollten all... Ja. Vor allem ist das, dass du nicht live streamen darfst. Yannick schon online, weil der wollte auch noch live streamen. Der schafft's nicht mehr, wenn er jetzt nicht onkommt. Es ist nur noch eine Stunde. Ja, doch. Der schafft das. Der schafft's nie im Leben. Eine Stunde noch. Ey, ich mach Augen zu und Augen auf und eine Stunde ist Zähne. Ich will mich so vorsitzig an. Ne. Jetzt bist du da? Ja. Bin jetzt zu dritten, ne? Jetzt bist du da? Abm. Zuschauber. Hi. Guck, hieß. Guck, hieß. Guck, hieß. Guck, hieß. Guck, hieß. Guck, hieß. Hä? Warum schmeckt ihr so gut aus? Ja. Ja, weil ich hab da so einen... Einer kommt mit. Zwei kommen mit. Soweit es gehen kann. Oder die gehen woanders hin. Aber komm, Digga. Nicht viel lange. Wenn ich... Das darfst du gar nicht auf YouTube sagen, ne? Ja, okay. Einmal kommt auf YouTube. Ich weiß, wie viele das sagen auf YouTube. Ah ja, doch Gewinnzeit, alle, ne? Ah ja, alle Gewinnzeit, wenn ihr wollt. Hier ist noch ein XP-Stein, Digga. Ja. Ja, aber... Ich sammle die XP-Steine nicht auf, aber... Ich weiß nicht wofür. Was kann... Einer, äh, ist hier. Zwei seh ich. Äh. Oh, Schulz. Uah. Schulz. War das ein Hopster? Ja. Ja. Hört sich aber ziemlich komisch an. Bibi hat Schulz in den Kommentaren noch gerade geschrieben. So wie ich dich kenne, Keith, ne? Ich guck gleich, äh, an Bibi. Will ich hier nur mitspielen willst, ne? Come on, ne? Kannst du machen, ne? Doch, alter, doch. Die kann ruhig mitspielen. Was bist du denn für einer Peter? Ja, die nervt mich nur ein bisschen im Zimmer. Aber wenn du jetzt im Headset ist, kannst du jederzeit stimmen. Ja, musst du sagen. Ein Gegner, glaube ich. Oder ich habe mich verguckt. Ach, die Boah. Ich hab zwei Begis, ne? Entweder jemand hat ein Mini oder streng. Ey, hier ist diese blaue Kiste. Oh mein Gott. No. Golden, äh, Schrotflinte. Goldene Pump? Ja, goldene Schrotflinze. Ja, take oder pump. Tech. Rotflinze. Bei mir bin Zeit. Take me. Take me. Ah. Lock weg, Peter. Lock weg. Oh, fuck. Ich hab eine blaue. Oh fuck. Ich hab einen Stamm gewöhnt. Ey. Hey. Ich hab einen Stamm gewöhnt. Hey, jetzt hab ich gespürt. Ey, jetzt bin ich jetzt mal ein Schreier. Ey, jetzt bin ich jetzt mal ein Schreier. Ne, keine Ahnung, Gott. Ich bin jetzt mal ein Schreier. Dann werde. Peter Westlo. Hast du ihn? Peter dahinten. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Ah. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ey, sorry, dass ich grad nicht helfen kann. Ich schlug zuerst. Und weiß nicht. Easy. Aber top. Ja, guck, hier braucht man. Digga, ich hab keinen Schuss. Ey, Peter, lass mir den bitte, okay? Okay. Heißt, ob das ein... Ah, Waffe wäre oder sowas. Ja, falls jemand braucht ne Tech. Digga, der ist... Die sind immer noch nicht alle tot. Weil ich den man braucht... Oh, der hat halt nur ne Pistel der Arme, Digga. Ja, okay, der Arme, der die Pistel hat. Guck mir, ich gleit, aber mit die Pistel, wenn man Pistel direkt am Anfang hat und der Gegner eine schlechte Waffe hat oder ein schlechtes Dealer. Oh, Digga, hier ist eine blaue Pump, wenn jemand will. Ich will... Ah, Pump nicht. Aber ne blaue. Ne, es ist... Pump, find ich... Das ist schon gut. Ja, ich ne... Ich ne... Ich ne... Dann wurde rausgenommen, dann kam Kammschrotflinte raus. Da dachte... Aber ey, da verrag ich mich auch, was die, äh... Was der Sinn ergibt. Die, ähm, tun da eine echt geile Waffe raus. Tauschen durch Kammschrotflinte aus. Kammschrotflinte stärkste Waffe ganzes Spiel ist. Und was kommt? Die Pump nie wieder mehr rein. Danach kommt die Pump rein und als schlechteste Waffe der Welt. Jetzt Take die Beste, ey. Oder? Ja, finde ich schon. Hey, Tag war... Ja, aber nicht so gut wie ne Pump. Ja, muss man ehrlich sagen, aber so sauer auf Epicamp als die Double Pump rausgenommen haben, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich war da gar nicht dabei, wo es Double Pump gab. Ja, ich auch nicht. Ähm... Peter, hast du aber kaum gespielt? Was hast du? Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Also, ich will diese Eisschränke, die man... Hey, hier kann man... Hier kann man Eisschränke. Ist hier ein Gegner, ne? Bei mir. Boah. Hier, Peter. Komm noch mal her. Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Steh hin. Hat ein Gegner, ne? Hier sind noch Gegner, ne? Peter, komm auf, hier sind Gegner, ne? Jawohl. Weiß ich nicht. Komm schon. Äh... Was ist das? Endzone, ne? Ja. Ich höre Gegner, auf mich wird geknallt, ne? Ich höre Gegner, auf mich wird geknallt, ne? Ich höre Gegner, auf mich wird geknallt, ne? Ich höre Gegner, auf mich wird geknallt. Komm noch mal zu mir kommen. Ja, wir kommen. Seh die, seh die. Dort hinten. Äh, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Äh... Ja, es... Die Gegner sind überall, ne? Die Gegner sind überall, ne? Ja, es wird kein... Ich höre, das ist auch ein bisschen, glaube ich, hier. Ja, komm, komm zu mir, Peter, ich hab' da nicht alleine. Ja, war mal ein Shot. Sorry. War nicht so was? Ja, der, ich will von irgendeinem Loot doch nicht durchzuleben. Und dann ist der Fake. Zudem da oben, okay? Weil jemand will, take es dir da, ne? Oha, der hat die Folge ein müssen. Ähm, ne, ich hab's vor. Ähm, eine, ähm... Ja? Entschuldigung, ja. Ja, egal. Ähm, ich nehme mir nur das Medi-Kid, okay? Weil ich hab' schon eins. Falls ihr mal... Hab' den noch hat ein? Ah, von hinten! Ich höre... Von hinten zu mir, ne? Ja. Hab' ein. Hab' ein! Dikker, hundert, eintreutschmeter! Ey, nils, 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 nils. Gönn dir. Ich geh' mal, dass du von dem dort hinten holen, ne? Nein, Alex! Entweder du trinkst im Wiggen... Gell zu mir? Nee, ich guck' nur, ich guck' nur, ich guck' nur, ich guck' nur. Ich guck' nur, ich glaube' nicht. Ey, ich hab' das Gefühl, das hat eine gute Runde. Kann sein, echt. Boah, ich hab' so durchspiel'n wir so saftig, Alter, wenn da jetzt durchläuft, na? Äh... Ich will, ich will... Ich will nur nur... Ich will nur nur... Ich will nur nur... Holz, okay? Ich hab' gar keine Metz. Ja, okay, kann dir und dir... Kann dir! Oh, ja, da sieht's so entspannt, das ist halt so entspannt, ne? Okay. Ähm... Man kann sich nicht beschweren, wenn ich mir nicht sagen... Nur 20 AR-Schuss, ne? Hast du mich? Hä, 20? Äh, ich kann dir geben, ich hab' 312. Was bist du für ein Mensch? Ach, Alex! Du gehst da hin wohl, ich mein Müll! Ja, ich... 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 Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir sind ja zwei Dumme und der... Wir sind ja zwei Dumme und darum haben wir beide den gleichen Gedanken. Nö... Nö... Ja, 100 für dich! Und da kennst du den Spruch nicht. Zwei Dumme und der selbe Gesalbermals Gedanken. Ja... Amit hat noch genug. Ja, 103 Spiele noch. Ja... War's egal, ich hab zwar kein Holz, ne? Aber ich bin jetzt gleich full, äh, Stein Digga. Okay, nice. Hey, was hast du denn? Du hast doch gar kein Holz. Du hast doch kurz eben Holz aufgehoben, da... Ja, deswegen... Also kannst du mit Traps das anfangen? Mit Traps, ja, klar Digga. Hey, Schuss! Ganz in der Nähe! Was ist hier ganz in der Nähe? Ich glaub da oben... Ja, da oben... Sind Gegner oder was? Ja, da ist ein Gegner. Wie das aussieht... Wie das... Was ist das, Alter? Alex, geh mal bitte direkt in meinen Stream gerade! Was ist denn? Alex, schnell! Jetzt ein Gegner! Digga, was ist das? Auf der Brücke! Drei Stück! Alex! Beeil dich! Warte! Ich baue dich zu! Ich komme, ich komme, Mann! Moment! Pass auf! Die sind da! Ich bin grad in meinem Stream! Hä? Einer... Ist das immer noch? Einer versucht zu schneipen! Ja! Hä? Scheiße! Was ist denn... Was ist denn komisches? Was ist denn normal? Nein, bist du grad in meinem Stream? Ja, ja, klar! Guck mal, guck mal, wenn ich in den Sniper zoome! Was ist denn komisch? Ja, okay, da sieht man nicht, das ist komisch! Hä? Peter fightet da! Leute, ich mach Hilfe! Ja, wir kommen! Ich weiß nicht, wo du da hinsnipe! Komm doch zu! Was ist denn mit euch? Da ist ja noch! Ja, weil jetzt praktisch neil war! Was für Arschlöcher! Von hinten auch noch! Okay! Ich erledige den noch hinter uns, du erledigt es vor uns, okay? Ja, der ist besser als ich! Shit! Ich hab ne Stunde, äh, nichts anderes! Klappt's? Voll nehmen! Boah, ich hab so verhalten, stunden! Okay, wär, äh, ich weiß auch nicht so. bei mir ist langsam knapp bei mir auch mit der mund ja auch das wird nicht ich hab Angst es wird nichts mehr sorry muss ich ehrlich sagen was ich meine es wird nichts dort hinten ist ein Gegner dort hinten irgendwo ist ein Gegner und habt ihr das gesehen nein nein er hat nicht mal getroffen er hat halt nicht mal getroffen ich hab selber gesehen Peter wo ist denn wieder so dumm ne wo ist Peter wieder immer schnell abgeknallt und nicht mehr getroffen was macht ihr denn da hin zu ne ne ich spiele nicht mehr mit Peter Alex ich spiele nicht mehr mit Peter wir sagen so das wird knapp guck mal was der für Loot hat der hätte teilen sollen das eine goldene niedergelechtung Peter Alex ja Leute ich komm hier zu ja jetzt ist es zu spät ist halt so hochheilen kannst du uns nirgends nur mehr wir müssen so n der hat eines Savile Sturmgewehr goldene goldene Sturmge- man du hättest mir Peter die goldene Star geben soll du ja du weißt was für Skar-Aim hab oder Nils ja das ist so schlecht von dir Peter ja das Ende ja bau doch bau doch bau doch oh 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 man ey ne die sind zu stark oder wir sagen so wir werden angegriffen ich bin niedergestreckt was macht er er heilt sich erwartet und erwartet und dann was macht ihr denn dort hinten anstatt der ball hat jetzt kurz mich schon angerufen hat angerufen ja veranrufe natürlich willkommen doch unter ja guck mal du sollst dich erst hoch bauen oder unterbauen ja ich kann nicht raus ich verlasse den menschen das ich habe noch mal gut sein wenn jetzt schon rausgegangen ja 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 nein ich bin das so und jetzt wessen der will hundert werden ja sollen wir dann kommen keine spielen ja jetzt hielt er sich blöd ich aber dann spiel wort ich hab noch keinen so komisch spielen gesehen muss ich sagen was habt ihr dann heute gegen nichts ich hab ich nix gegen dich heute spielst du komisch so anders ja wie ein pro wie ein opfer aber du spielst halt so komisch ich hab dir gesagt das gegner weiter pop ist und ihr seid einfach herr kam ja und ist rausgegangen ja das fragt mich einfach ab egal wir sagen kann ich mal hier sind gegner ist ein gegner was macht er kommst du es nehmen so ein gruppenkeile kumpenkeile ja die runden dauern halt so lange ja egal ist das so freiherr kommt kumpenkeile ich habe eine frage wir wie freut ihr euch auf weihnachten freut ihr euch sehr auf weihnachten freut euch auf die ferien lasst es mal wissen im live-chat oder in den kommentaren worauf freust du dich am meisten weihnachten jetzt echt geile antwort entweder hat sich genutet oder irgendwann das hallo hallo ja peter aber ich weiß nicht es ist aber mit nils er redet nicht mehr ich sag am besten nichts weiter nils hallo ey alex gerade eben da war ich so so am fünften dann bin ich einfach so gestorben hatte so richtig kein bock mehr dann hab ich gar nicht dann hab ich nicht mehr gewusst dass neben hier einfach pizza ist dann hat es richtig glücksgefühle ey nils hallo ich hatte ich nicht mehr zu ok dann ist schnitts ich bin wieder da ok nils hallo nils hallo soll ja ich weiß nicht wir sehen ja auch geht äh teammates ne das eigentlich am anfang kann man eigentlich am besten was man am anfang finden kann ist halt diese fette megabox hat früher wo man links so landen konnte in der alten map da gab es tildetauers sollten wir tildetauers rein komisch als sagen oder wenn es doch halb steigt live event war halb mit live event ja es ist ja auch sitzen können wir auch mal machen damit ich werde 100 werde machen wir gern haben wir wissen ähm wir sehen alle dann da an ähm ne an angel an was das sind so dumme missionen schweiß warte mal fange gegenstände bei angel stellen bei lazy lake ich habe aber nicht mal alle missionen bis jetzt habe ich nur nicht alle missionen gemacht weil die mir zu blöd waren tägliche herausforderungen tägliche herausforderungen oder epic games wenn ihr mich hört ne warte macht euch eure missionen rein sei in solo oder duo matches unter den letzten ähm ähm letzten 10 ey soll wir das nicht machen alex komm machen easy easy sind wir unter den letzten 10 danke ja ja mehr da müssen also noch 20 leute fast leben oder 15 ja wir spielen sitzen kommen keller ein und sie sie ach ich gehe gar nicht in die sohn rein ich gehe außer außerhalb der sohn egal ich lass mich an durch der zonen sterben ne muss ich ehrlich sagen es lohnt sich einfach nicht zu warten ähm jetzt in die zonen zu gehen man kann die ganze zeit looten einfach stutt die ganze zeit durch meine zone hau ich mir das schild und alles rein was hältst du denn davon dass man nicht mehr unendlich ähm dings fliegen kann mit hänggleiter am anfang war es echt blöd am anfang war es echt blöd weißt du es ist echt egal ja halt am anfang war es so unbewöhnungsbedürftig weil weil ähm du denkst du hast hängen weiter springst vom berg und bis tot ach das meinst du ja ja das hat aufgeregt weil schon ein bisschen menschlich gesehen ziemlich abstoßen ne ja ja ne ich weiß nicht mich hat das mega aufgeregt warte du bist alleine wie alleine du bist einfach alleine in der stadt ja ähm ich geh jetzt mal in die zone weil ich glaub immer dass die lootjobs da sind ahja wann gespawnt ja ich geh mir gleich was zu lassen wie viel zeit haben wir noch ich geh mir gleich ich weiß nicht es sind noch 28 minuten ne es kann knapp werden weißt du zu wollen ja scheiße ich werde ich das jetzt verpasse und dann so ne dann bin ich echt sauer ich hab lilas gerne wenn du brauchst ja markiere nicht nicht markieren ich kann nicht markieren ne hast du nicht markiert ne ne gut das ist gar will ich behalten okay gut ja ja klar ich würde auch mal oder weißt du es nervt mich auch dass man aus dem lootjob kein gold mehr bekommt nur noch lila ja es wird halt schon ab ne ja es sind die sachen die das spiel war so spannend gemacht haben jetzt ist das weg und das macht es nicht mehr spannend weil du findest das lila waffe 999 holz 999 stings alles 999 und golds upgrade ich weiß nicht genau wie viel man haben muss aber das sollte ungefähr schon passen oder hat keine war alt aber man kriegt doch noch gold aus denn nur trotz nur selten bei dem könnte goldene Taktik raus bekommen ich feier mich grad so weit bei schulden Tag raus bekommen aber aber schlechter spiel sind der welt das macht halt gar keinen sinn zu streamen warum leckst du sehr bei dir oder weswegen nö weil ich keinen zuschauer bekomme ist halt voll dumm ja ich hab auch keinen zuschauer aber irgendwann komme ich groß raus und dann und feiern mich wenn du nein sagst lass mich doch träumen warum hast du youtube weil es mir spaß macht warum willst zuschauer weil ich dann fang bin ich bin ich bin ich bin ich bin oh mein Gott geile Wurfe bei mir sind gegner ja ey äh nils was heißt eigentlich fame berühmt ach so berühmt ey ey alex alex guck mal unten links guck mal unten links unten links ja was ist da nein was hast du mit nem kill hat ja 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 ich weiß bescheid der hat von mir weiter bekommen mit meinem skall-laser oder das ist wenn ich immer freutam will ich arschloch ich werde gerade angerufen, muss mich kurz lücken die kakaschule voll forstenidioten da ne wie es fast am weinen die kommt nicht weil sie bald mitspielen nur es klappt nicht und sie halt bleibt schämlich und das drehen wie man ist ja einfach die werden einfach dings weil sie weinen die sonne das ist das war ein arschloch alter und keine ist echt und hass modus ja meiner jetzt auch gerne und soll es also höre sich an als ob du verscheidt dieses lege und richtig die ehre genommen alles einfach direkt auf die direkt drauf gehen ja klar Und ich wollte gesnipen. Ich will teilen. Ich auch. Okay, das Landen ist so blöd, weil man landet und man ist direkt tot. Okay, 26, 14 Minuten noch warten. Dann müssen wir eine neue Runde rein. Sollen wir vielleicht die 14 Minuten warten? Nee, oder? Digga, Alter, ich will nicht mal gelandet, ach, ich werd gelasert. Ja, ach. Digga, ich will uns doppelt, Alter. Ja, ich auch, weswegen. Peter. Ey, Digga, solche Kill ist ein Kill-Tilide. Wegen Peter haben wir uns doppelt, wegen Peter. Peter hat da irgendwas mit dem Mikrofon gemacht. Wenn Peter wieder was sagt, sagt Scheid. Ja. Wow, man wird so hart gelasert in dem Modus. Was du willst. Ja, weiß ich. Wir sind. Hä? Nein, nein, nein. Das fehlt. Doch. Ey, Digga! Ey, Digga! Ich muss mir was zu essen machen, aber ich will mich auch fragen. Wegen was. Ich will was. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Mhhhhhhhhh. Waaah! Wo ist mir egal. Haben wir Würstchen? Gebraten? Ein. Oder bring mit ein kaltes Würstchen reißen. bei mir war der beste alter er war ninja 2.0 ich schwöre sogar ja krass aber wie sich das anhört ich das anhört ich krieg einfach von bb einfach und wirst nicht mal gefragt ob sie mir was gibt ich hab einfach gesagt ja es liegt einfach zu wild ist einfach zu werden was ist das wie aber das hört sich auch an es liegt einfach zu wild nur schlimm als mein skala ist aber ich schon kann es war nicht so ein ruhren sohn als du bleibst halt voll halt auf zwischendurch das sind die sind ein gott alter ich habe jeden schuss mit bei denen triffst du nichts ne aber die die kommen und du sie haben nichts macht man kann einfach nichts machen wegen man kann nichts machen weil man kennenlernen kann nicht sein ich habe goldene tag nicht nur jetzt alter sind die gleiche event laufen ist alle zwei jahre da rein um ein gott zu stellen dass ich so hat das zuvor noch kommentar nur gut doch erneut sich dieses so leistungswürdig sind dieser modus wie welcher modus er hat er nur gesagt der neue modus gibt es noch ein bisschen mehr als das war aus dem schnell ja alle peters ist jetzt schon 30 es geht in 30 minuten los kann sich noch schnell nach oben setzen auf klo ja auf jeden fall okay dann hatte hat wir haben jetzt noch bis 40 zeit dann werden die server geschlossen ich mach mal peter laut schalten ja okay leidt okay ich geb das ne ich komm jetzt sofort ne ich gehe kurz ich liebe meint nicht meint für fast pause jetzt magst du auch fast pause war magisch war so geil hallo hallo wie freut ihr euch aufs live event ich hab keine ahnung welches level alex ist ja ich nehm schnell 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 es ist ein dach alle breit gehen und du stoppst dich mein bauch ist hoch wenn du dich mit kummibärchen vollstopp ok alle breit gehen ey aber leute ihr müsstest das hören ich hab grad so gefördert ok weißt was Luna gemacht hat? nö die läuft genau vor die Tür und packt die Tür aus, dann kommt die Tür hin oh wow und jetzt geht breit ey Nils kommt schon Nils lasst nicht klapp Nils kommt schon, geh rein Nils 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 wie wir ja ich kann nicht reden Nils 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 ne weis nils nis 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 Halt ihn doch mal kurz ab! Mann! Alex verzweifelt! Na sorry, aber du wirst ja bereit gehen! Mann! Doktor Bess, du bist doch der Beste! Ich schaff's! Jetzt ist er nicht mehr der Beste! Naaah! Und ich auch nicht! Ey, schmeiß' euch gleich alle raus, ne? Hahaha! Wahrscheinlich! Komm schon jetzt! Komm schon! Ich rutsch' dich jetzt an! Ich rutsch' dich jetzt an, ne? Hat er nichts mehr gesagt? Ist er einfach leise geworden? Ja, einfach hervor! Ich rutsch' dich jetzt an! Ich rutsch' dich jetzt an! Ich rutsch' dich jetzt an! Ja, dann kam ein Mörder wahrscheinlich und hat ihn dann getötet! Ja, ja, klar! Wahrscheinlich! Mann, es ist schon 35, ne? Ja, krieg' den einfach! Ich bin nicht Boss! Ich bin nicht Boss! Ich bin nicht Boss! Ich bin nicht Boss! Ich bin Boss! Oh! Warum habt ihr verlassen? Was ist das? Und hier Alex! 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 Oh gut! Ja, Alex! Alex! Boah, was ist los, also warum ich mich gerade so an? Okay. Hm. Alex! Ähm. Warum ähm. Sind wir jetzt in eine Party, weil sonst hört man die anderen noch nicht. Ja, ich hab dich schon eingeladen. Ja, ich dachte, ich könnte so einfach wieder dräumen. Dann einfach nur Spaß sagen und aber... Nein, das soll sich nicht zu. Ist Peter in deiner Lobby? Ach. Ich starte jetzt einfach. Jetzt schon. Ja, das soll wohl sein! Also, dass Wesley nicht einen Ja, also so lebt. Come. Komm JUNG! Woah! Oh Leute, ich bin so ein Kalb! Nein! Jetzt geht nicht mein Fernseher aus! Nein! 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 Digga! Hä, wo ist die? Digga nein 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 nein! Nein! Nein Digga, bitte! Oh mein Gott die Musik! Die Musik! Die Musik! Die Musik! Oh mein Gott! Hey, ich gehe da zum Engelgleiter! Ja! Die Musik! Die Musik! Die Musik! Da ist auf Schweine Musik! Die Musik! Die Musik! Die Musik! Oh mein Gott! Die Musik! da könnt ihr jetzt bei mir sein man ja in 22 minuten ja ruft das er ruft den alex ich glaube ich kann es sein wir werden nicht gucken der fernseher ist einfach ausgegangen aber ich höre noch diese musik guck mal ich kann doch mit dir sprechen ich bin eine runde ja ich hab's geschafft ja die musik ist auch noch mal geil ja ja ich geh kurz drüber ich geh kurz drüber ich hab den Zug zu krass Musik Ja man Ja Ey Ich weiß nicht Ich weiß nicht ob man danach noch einen Server bekommen wird und probiert und probiert und probiert und probiert. Ja man muss glaube ich so 7 Minuten vorher so einen Server aufmachen. Weil diese Musik wenn man neu gespawnt wird. Ey ich hab doch geschossen ey. Oh mein Gott diese Musik. Nein beim Anfang wenn man neu gespawnt wird. Weil ich hab Bock so Star Wars zu sehen. Leute ich geh erst bei 50 rein ich schwöre. Ey da komm ich auch. Boah warte Peter wir wissen noch gar nicht ob das funktioniert. Ja Ja ich geh dann. Ne diese Gruppe ist Pri Ey du hast sie privat. Ja aber du hast sie privat. Der Sitzung beitreten. Die Sitzung. Hä es steht immer noch ich privat. Keine Ahnung. Ich bin die Gruppe nicht möglich. Egal probier weiter. Das war kurz davor. Oh genau. Ich bin hier beigetreten. Ich bin hier beigetreten. Hey ich bin nütz. Richtig. Ich bin hier beigetreten. Verlass, verlass, oh mein Gott. Tschö. Wir haben es jetzt geschafft. Okay, es ist nett noch, es ist nett noch, ne? Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Es ist noch rechtzeitig, Peter, sorry. Oh mein Gott, okay, direkt bereit gehen. Ich lade ihm noch einmal an. Nein, nein, jetzt noch nicht, sonst werden wir getötet. Man ist scheiße. Ähm, das ist wie Gruppenkeile. Geh bereit, geh einfach bereit. Ja, geh einfach bereit, geh direkt bereit, komm. Warte mal, warte mal, sag mal, du da. Nein, geh bereit, geh bereit. Ja, okay. Ich kann Peter nicht einladen. Wir sind drin, wir sind drin, oh mein Gott. Okay. Warte mal kurz, Kiff. Hast du dir Taschentüter? Ne, hab ich nicht Sache. Die war Peter, lebt mich die ganze Zeit in meine Partie. Ich soll mal aufhören. Alex? Alex? digga peta ist voll ausgerastet gerade was ist bei dir los hat er halt deine schlaute peta am besten wenn du alleine den stream guckst weil ich gehe nicht noch mal raus ja ich bin ausgerastet soll ich beitreten kommt bleib oben ach so oh man ey könnte rausgehen oder lass einfach komm schnell ja aber wenn du mal zu gehen aber Alex komm schnell verlass verlass das geben das denn das peter peter das event beginnt bald Nein! Geht's bereit? Geht's bereit? Wir haben jetzt die Schülze, die in 10 Minuten fängt an. Peter, mach bereit! Mach bereit! Okay, alle, alle, alle! Ey, Leute, 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 wisst ihr, was meine Taktik ist, damit wir so lange wie möglich in der Luft bleiben? Ja, dir kennen die Leute, oder? Nein, wir springen... Hallo, hallo! Guck mal, am Ende springt man ja von alleine raus, ne? Ja. Bis da warten wir, und dann machen wir direkt Hängelgleiter, und dann sind wir die längsten, die oben sind, und dann können wir alles verfolgen. Ja, bin gespannt. Oh, wie ist das Taktik? Na, Luna, du bist voll verrückt! Komm mal runter! Ja, das sagt der, der gerade eben ausgerastet ist, ne? Das ist echt so, Alter, ich bin seine Party gekommen, Alter, ich bin direkt geliebt, Alter. Da darfst du nicht mehr warten, Spaß hier, Alter. Er schreit so, äh! Na komm! Weil du rein gekommen bist! Was war denn? Nein, wir glauben... Wir glauben... Was ist denn? Ich kann eben so laut schreien. Was? Oh mein Gott, Alex, 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 was ist denn? 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 Wir springen erst ganz zur Blut draus, okay? Alex? Na, warte, es sind nur noch elf Minuten, ne? Es sind noch elf Minuten, es sind elf Minuten, es springen direkt draußen und landen da, ne? Warte mal, wo ist Whisky Wheels? Whisky Wheels ist dort hinten. Ja, und wenn wir hier hinten... Und wenn wir hier hinten rausspringen, können wir da einfach noch hinfliegen. Ja, okay, doch, ist klug. Oh mein Gott, elf Minuten noch. Oh, du siehst, Pichim, du siehst. Ich hör die Nüschen. Ich hör... Wir hören die jetzt erst gleich, warte, wenn wir... Ja... Oh man... Hey, ich seh, unser Bus gar nicht mehr. Ich bin jetzt rausgesprungen, weil unser Bus, der fliegt aus der Zone, ne? Das bist du überwackt, der Modus. Wir sind... Ich bin jetzt rausgesprungen. Okay, ich bin auf... Irgendwie ist die Karte so groß. Ja, ne? Das kommt so vor. Okay, jetzt können wir elf Minuten dahin fliegen. Da haben wir ein bisschen Zeit vertreiben. Warum kommt denn Fortnite Star Wars? Ich check das nicht. Warte mal, sind doch beide noch live, ne? Ja, ich bin noch live. Feindlich. Ich bin auch noch live. Ähm... Entschuldigung für die paar kleinen, großen Ausraster. Wir feiern... Ach, was? Ja, ich seh. Oh, du siehst, man. Zehn Minuten. Oh mein Gott, wir sind gerade live. Oh, ist der Duster so leise? Nein, das war Ninja. Nein, das war Ninja. Ja, doch, das war Ninja, ne? Ja. Tschüss, Ninja hat zu mir geredet. Wer hat hier geredet? Das war Ninja, der gerade eben da geredet hat. Ninja? Ja, Ninja hat ja fortend erfunden, ne? Nein. Das war Epic Games. Warte, sind da schon Gegner, Alex? Da sind die Wahlgegner. Ja. Hier für jeden Mann hat eine Kiste. Warte, Peter, ich komme. Ich bin hier und kämpfe, ne? Und jetzt kommt es zu euch, ne? Ich bin auch eine Kiste. Ich brauche halt auch, ne? Ich brauche halt auch, ne? Kann ich mir auch eine Kiste lassen? Peter hat schon alle geöffnet. Mann, Peter, so ehrenlos sagst du, für jeden eine Kiste öffnet der alles. Aber, aber Peter hat noch Dingens, ähm. Gib mir meine Waffe. Ja, nehme ich. Ich stemme das jetzt alles hier. Oh mein Gott, Leute, acht Minuten geht's los! Acht Minuten? Nein! Sieben! Wir haben 53! Ne, oben sieht man den Timer, oben sieht man den Timer. Events bedienen in sechs Minuten. Neun Minuten ungefähr. Nein, oben sieht man doch den Timer. Da, wo Weston alles steht, da sieht man Timer. Wow, er arbeitet sich. Ey, Digga, voll der ehrenlose Digga. Warum will der uns töten, Alter? Ja, ne? Das hätten leidig mit dem Fall. Ich pack meine Nineties aus. Ja, pack die aus. Hm, Alter, jemanden sind. Was ist wie wie? Der ist untergefallen. Ja, okay. Ich seh ihn. Nein, es wird tot. Man respawned, man respawned, man respawned. Oh, Digga, man hat, ich hab's nur noch zwei Schoß. Ey, ich camp hier jetzt, ne? Ich hab keinen Mund. Ja, Digga, ich kann nicht respawned. Ah, jetzt! Nein, respawned! ich bin wenn du jetzt nicht besponnt, dann wär ich enttäuscht ok noch 7 Minuten und 55 Sekunden, ich käme gerade ein bisschen es tut mir leid, dass ich kämpfe aber ich bin Schusser bei mir ist jemand ich habe einen Freund wie hast du einen Freund ich habe einen Freund Oh mein Gott, ich habe einen Freund ey kleiner Tima ich bin schaue vorne nicht ich bin schaue vorne nicht ich habe einfach einen Freund bei Ehrenmann ich bin schaue vorne ich schaue es nicht noch sieben minuten noch sieben minuten es kommt gegenüber anderen das spiel genießen nennt sie ich kenne keinen anderen alex außer denen wenig letzt mal gespielt hat die ehrenmänner auf diese unehrenlosen ja ich bin ja aber hier sind die ehrenmänner hier sind die ehren muss weiter jahre an der damen vier minuten noch auch nur die aber auch noch ein kleines sie ist ein minuten und Prozent zwei sechs minuten sechs mal ich habe gesagt sechs minuten zu drei Minuten verstanden da kann man uns egal und es ist dann noch das ist ja in afghanistan jetzt noch ein nur das dauert doch ihr seht es bringt wieso ja weil man nicht für den ganz sport ja ich weiß das schon nachteil wenn man schoss von ich kämpfe jetzt sind ein baum wenn den ehrenlosen alles im visier fünf minuten noch die bäuchige skype ist alles hauptsache leuten die spiel hier vor sonn bleibt die welt dort nur eine waffe die sind nur gegner ich hab waffen und man gibt es ja so ehrenleute und dann auch noch so ehrenlose nein das sind so viele soll ich mal probieren darauf zu gehen naja lass mal du siehst ja du siehst ja wo ich kämpfe ich bin ich sicher und haben wollen er sieht mich nicht besiegt mich nicht vertreten für minuten noch vier minuten beim peter aufzurübsen das ist ja nicht schwarze ich werde ich noch nur schön können wenn er noch so gut ist bei der manchen ist Oh mein Gott, ich hab 6 Granaten. Ich könnte da einfach Granaten reinnehmen. Ich geh jetzt in die Mitte und teame einfach. Ich bin hier jetzt... Nein, vor Peter. Ich hab noch 2 Schuss. Ich hab nur noch 2 Schuss von Pump. Ich hol dir gar keinen Schuss. Ich hab 24. Knarrt mich nicht. Das ist einer von den Ehren. Das ist einer von den Männern. Er hat einer von euch Pump. Du musst... Nee, ich hab nur... Ich hab nichts einfach. Ich geh jetzt nur mit und tanze. Nee, wollte ich gar nicht. Das. Ich hoffe, du akzeptierst nicht. Pump. Ja. 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 Ich steh nur. Guck mal. Nein, Gegner. Oh no. Nein. Ey, ist das nicht der von gerade eben? Nein. Ich hab manche, die man mit richtig geil ziehen kann. Aber manche, ey, die sind noch eben los. Ja, die sind alle ja. Nein, ich hab da... Einer hat geknallt, weil der hat Schiss, ne? Weil da knallen voll viele, weil die haben voll Schiss. Aber ich geh jetzt nur mal in die Mitte und tanze. Ich schwör. Soll die mich... Ich schwör, ich mach da jetzt Terror. Nein. Ich mach da jetzt so Terror für mich. Da sind 5 Gegner oder so. Mann, die greifen mich so hart an. Warum können die nicht gönnen? Ey, Digga. Ich brauch mal Pump und Alter. Hä? Wie sollte das eigentlich beginnen? Oder nee, das hat Verspätung. Ein bisschen Verspätung um zwei Minuten. Ey, Digga, Peter, schrei mal nicht so laut. Hey, ich würde nicht... Das war mir stehen hier. Ey, greif dich nicht an. Ey, Digga, hier ist noch so ne Mondschest, alter. Euch geh jetzt hier hin. Nein, ich geh in die Mitte zu schwätzen. Ich geh jetzt so lange in der Mitte landen, wisst ihr mich akzeptieren? Hallo? Digga, ich brauch's jetzt. Pump, Moni. Ich könnte dir geben. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Oh, jetzt wurde die Waffe... Jetzt gibt's keine Waffen mehr. Jetzt kann man sich nicht mehr gegenseitig angreifen. Nur hochbauen. Ja, nur... Ja, kann auch sein. Ey, ich komm zu euch mal. Ich hab kein Leben mehr. Ja, man hat gar nix mehr. Man sieht nichts. Oh mein Gott. Es fängt an. Gleich. Man kann gar nix machen. Kann man denn einschlagen? Ey, guck mal. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Guck mal. Ich hab hier einen Freund. Ich hab einen Freund gefunden. Komm, komm. Lass mich nix schenken. Lass mich nix schenken. Ja, wir sind Freunde. Eins. Warte, Alex. Komm auf. Alex. Ja. Ja. Lass mal in einer Reihe. Warte, warte, warte. Ja. Du musst anfangen. Ja, warte. Oh, nein, warte. Ich muss. Ich muss. Oh, nein, warte. Oh, nein, warte. Hey, Guys. Jeff Keeley, are you ready for the Star Wars Rise of Skywalker Fortnite Event? There has been an unprecedented number of people around the world trying to against. So we are going to give you ten more minutes to log into the game at 2.10 PM Eastern. Uh, the event is going to begin. And don't worry if for some reason you can't get in. Everyone is going to get the glider. And you can also of course watch the event via your favorite streamer. Uh, many people are streaming it as well. So again, ten minutes away. The exclusive scene from Star Wars The Rise of Skywalker and J.J. Abrams live in Fortnite. We will see you in just a few minutes. Es fängt gleich an. Oh, mein Gott. Ja, klar. Hallo, es kann kein Ringen. Ich schließe mit dem grad voll die Freundschaft, ne? Ich bin der beste Freundin, der vorher war. Ey, aber voll die armen, die kein Englisch können. Ja, ich kann auch kein Englisch. Ich bin voll der Arme. Oh! Oh, der Fortnite! Das F geht runter! Das F geht runter! Wo ist das F? Das F ist weg! Das F ist weg! Das F ist weg! Oh, das Event ist vorbei. Das wäre enttäuschend. Ey Leute, guck mal, wo ich bin! Guckt mal nach oben! Ja, ich weiß! Hallo! Mann, wirklich! Ich kann das nicht! Ich könnte mal gucken, ob ich das finden soll. Warte mal, wie viele sind denn im Game? Leider war ich nicht so heiß. Oh, der will bei mir bleiben. Ey, jetzt komm mal zu mir! Guck mal! Ja, Verzögerung! Best Friends Forever, ne? Wie heißt das? Best Friends Forever! Best Friends Forever! Best Friends KGG! Oder ist das die Sämte Schlaf? Pass, ne? Kommt da irgendwas, Leider? Ja, wir müssen warten! Wir warten gespannt! Wir machen eine Party! Oh, komm! Ich kann dich hängen lassen! Das war in die Mitte! Ey, jetzt, guck mal, mein bester Freund hier! Digga, wir müssen das, äh, in Vierheck machen! Ey, guck mal, ich hab zwei neue, guck mal! Ich hab zwei neue Freunde, ne? Alle machen mit! Das ist so geil! Mein Schilder auch unterspringen, aber hier oben hat man eben voll den Überblick! Komm runter! Komm runter! Oh, das ist Schuss! Ne, hier oben hat man voll den Überblick! Ja, Schuss, ja! Hier kann man überall sehen! Ne, ich hab, ich find den Tanz nicht! Finden den Quicken sollen nicht! Kann man bis nach da ganz viel zu tun! Und der sind voller Ehrenmann! Die machen die ganze Zeit mit! Ja, ich mach mit! Hey, was macht der denn da unten? Wir feiern! Wir feiern das neue Event hier! Ja! Ja, ist auch richtig geil! Ja, ich bin schon zwei Stunden und, äh, gleich 20 Minuten on, äh, live, also! Wie geil! Wie scheiße ist das, also! Wie scheiße ist das bis jetzt nicht! Boah, ich bin der Einzige, der, äh, richtig gut Überblick hat! Ja, weil du ein Schisser bist und du nicht runterkommst! Hier sind gefühlt alle! Hier sind gefühlt alle Spieler! Da unten sind drei, äh, Dinger! Ja, sorry! Aber ey! Da oben ist halt gar nichts! Nein! Digga, der Hand hat aufgehört! Hier schließt man Freundschaften und alles! Und du kämpfst da oben, weil du guter Ausdichtsschau bist! Hier wird beste Ausdichtsschau in der Welt! Ja, komm! Ja, komm, ey, wir sind schüsse, der seid ja eigentlich politisch! Ich soll hier rein springen, das ist geil, ne? Wie...? Nein, das geht nicht! Guck! Ey, ich will these more! Mann, der tut mir voll leid, ich will den netten. Ich bringe auf die Menge. Kann er nicht schwören? Nee. Ja. Ich bringe auf die Menge. Hä? Ja, der Live-Event drin hat, jahre verzögert. Ich kann nicht mich mal bewegen. Nein. Oh, mein sofort positive. Mann, ich wünsche, ich könnte den bleiben. Nein! Mannieren, 100%. Der Ball ist weg. In die Menge rein hier. Ah, da, der macht einen Tanz. Wir müssen alle mittanzen. Wir machen hier Vorderflüge. Nee, warte mal. Ich kann ja mal. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Leute, der hat den selben Tanz wählt. Schau, was ist das, ich kann gar nicht sagen. Warte, ich probiere gleich zu dem, bei dem zu sagen. Warte, ich hab's nicht verknüpft. Das hat noch gar nicht angefangen. die scheiße alter das wird nie anfangen sie gar freundschaften geschlossen ja ich schießt nur freundschaften und peter der außenseiter lebt dort oben ich bin ganz nah wo ist mein handy ihr liegt gerade voll auf meinem handy glaub ich ich guck mal bei diesen youtuber was mit bei denen ist ja nur muss man mal gucken guck mal doch kommt schon ich guck immer bei standard skill events und events wie bei denen ist das genau so warte mal das handy in der ganzen schmitten wir in der jahre so farb hat noch und alle zu mir und mein gott bei dem mann ist so warte wo sind diese drei punkte da hier sind diese mann das verlieren los und die drei punkte freundlich wir sind beste freunde schwöre ich habe dich mal komm mit komm mit komm mit komm mit 3 1 und meinen zwei erhältnis wie er es ist ist es nicht mehr zu gewinnen gewählt ist wird er schausten aber das ist genau so wie bei uns auch wer will tanzen nein ich bin auch so schatten besten freund vor Aber ich hab so viel Tanzen. Hä? Wer will mit mir tanzen? Ah, so soll ich den auch. Ey, Digga, wann fängt das denn an, Alter? Ich guck mal, ob Nick das überhaupt mal rum will. Ja, ich hab das Wort. Ey, es fängt an, es fängt an, seht ihr das? Seht ihr das? Guck mal, weil mir wackelt's voll, ne? Guck mal, weil mir wackelt's voll, ne? Es wackelt, wow! Wackelt's! Ich hab Spaß! Achtung! Komm, ein bisschen Livestream, wir müssen ein bisschen Spaß machen. Hab eine Freundin! Ja, von wegen. Oh, nix läuft hier, nichts! Hier müsste einer spawnen, hier! Vielleicht müssen wir uns auf die Druckplatte stellen. Stell uns auf die Druckplatte. Ich auch. Kommst du mit? Nee, da muss die scheiß Musik. Ey, lächst du mit dir auf den Druckplatten, wie? Äh, nein, du hast... Leute! ... mal locker'n Schock gegangen. Wisst ihr, warum nix passiert? Warum? Dieser Epic-Gamer, ne? Der hat doch gerade... ... eben irgendwas mit 10 Minutes gesagt, ne? Ja. Das heißt, dass das 10 Minuten später kommt. Ach so! Ey, das musst du jetzt sein! Komm, du bester Freund, ey! Ja! Alex hat einen neuen Freund! Ich hab natürlich nicht mit dir. Ja, weil ich... Ich kenne den nicht und der will sich mit mir küssen, ne? Boah, ey! Ich wär so gut befreundet, sind wir jetzt auch nicht. Aber ich kann den nicht adden, weil ich weiß nicht, wie der heiß! War mies! Wenn ich irgendwie eine Chance hätte, ihn zu adden. Ich hab die aber nicht! Aha! Bitte! Ich will den... Oh, nochmal lange! Ah, da! Ihr wollt, hä? Ihr wollt, hä? Ah! Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Oh, Party! Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Du auch, du warst gerade in meinem Ehemann, ich kenne dich! Jaaa, auf die drei! Boah, ich dachte jetzt, was passiert war! Hä? Was ist? Ne, ist kein Treten. Wer will, mit mir in die Hand zu sein. Hm, treten! Ich kann's gut gehen. Hätte gern in der Lobby gibt, das sind immer in drei verschiedenen Varianten und hier nur in einer oder was? Kuss! Gib mal eine Kuss! Gib mal eine Kuss! Gib mal eine Kuss! Warte, kann man hier drauf tanzen? Gib mal eine Kuss! Gib mal eine Kuss! Ey, ich kann mich nicht bewegen! Oh, jetzt! Komm, du kriegst auch! Jaaa... Oh, mit mir... Nein, wir hatten... Wir haben alle perfekten Timing, ne? Wir machen so'n Stern! Ey, mit der will ich dich an! Nein! Mit dir tanzen! Nein! Ich hab' ja viele geliefert! Geh doch weg! Der ist leer! Wie, der ist leer! Oh man! Nein! Ich hab' voll den guten Freund gefunden! Komm mit! Nein! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen leeren Mann! Oh mein Gott! Das ist der beste! Oh man! Nein! Nein! Ich hab' sogar neue Waffe! Ey, ihr werdet voll die guten Freunde! Na, Fahne! Oh mein... Oh, komm! Handschel-Klatscher für dich! Ja, komm, einer! Kommt! Ey! 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 Mann, Peter, jetzt warnt der! Komm! Komm! Jetzt kommt einer für dich! Ja, einer für dich! Yeah! Ja! Wir sind der beste Freunde wieder! Ich bin mit dem Gehtro! Sieben! Yay! Nix klappt hier! Hä, das müsste doch jetzt sein! Nein! Das kommt zehn Minuten später! Ja, Flash um 20! Wir haben noch ein bisschen Zeit! Flash um 20 Uhr! Wenn das wieder beim letzten Mal wiederfuhl ist! Na, schade! Fast! Ach, ich geh jetzt wieder nach! Ui! Es fängt an! 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 Alles dreht sich! Es dreht sich alles! Nicht alles, aber das Teil dreht sich! Ich flieg da mitten, ne? Es geht ja nach oben! Es geht nach oben! Es geht nach oben! Ey! Ich bin drauf, ne? Ich bin drauf! Ey! Ich bin drauf, ne? Ey! alle Opfer, die hier unten sind! Hehehe! Er wird mal mit zwei L kann ich vorkosten! Nein! Drück zwei L! Nein! 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 Oh mein Gott! Voll fett! Oh mein! Er fliegt auf uns zu! Hol' mich ab! Hol' mich ab! Hol' mich ab! Nimm mich mit! Oh mein Gott! Nö? No! Ey! Das landet auf mich! Es landet auf mich! Ey! Aufschloch! Fliegt er weg! Oh nein! Wir werden angerissen! Oh mein Gott! Stopp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Juhu! Ey! Wir haben mich verpasst gerade! Volle Arme! Der sagt so, der streamt heute! Der macht gar nichts! Oh mein Gott! Der hat heute letzte Nacht durchgesuchtet! Echt? Hat er durchgesuchtet? Ja! Der hat durchgesuchtet! Hi! Oh mein Gott! Das sieht so heftig aus, ne? Na? Na? Ich weiß! Leute! Leute! Was hat meine Schwester gesagt? Was hat meine Schwester gesagt? Oh mein Gott! Das sieht so heftig aus! Ja ne! Das hält meine Schwester aus die ganze Zeit! Juuu! Ey! Es dreht dich wieder! Es dreht dich wieder! Es geht wieder runter! Hä? Ich bin nicht gebustet worden! Ich auch! Ich geh wieder hin! Ich geh wieder hin! Ich geh wieder hin! Ich geh wieder hin! Ich geh wieder hoch! Ey! Man kann doch nicht hoch! Man kann doch nicht hoch! Oh mein Gott! 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 Ich geh wieder hin! Ich geh wieder hin! Ich geh wieder hin! Irgendwie dieses Stern verstanden! Ich bin Jeff Keighley, und das ist ein Wettbewerb. Wir haben alle geteilt, für Millionen von uns aus dem ganzen Welt, für eine Exklusiv-Scen-Premiere von Star Wars The Rise of Skywalker. Wir haben gesehen, dass es ein bisschen mehr für heute ist. Ich möchte euch alle nutzen, die ihr Lieblings-Emmotes, um zu erzählen, wie ihr euch daran seid. Wir sehen ein paar von euch da draußen. Wir sehen Demise, wir sehen Dr. Lupo, Wir haben alle geteilt. Das ist ein Wettbewerb. Nein! Warte, ich stell mich mal schön an hier, ne? Ich bin ein Stormtrooper, aber ich bin auch eine Person. Du siehst mich hier, wie geht's? Wie geht's, wie geht's? Wir machen alle gut, aber ich erwartet J.J. Abrams. Er ist in da, er ist mein closest Freund im Universum, also ich habe sicher, dass er in da ist. Das war ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Wie ist das passiert? Wie kam wir auf den Weg? Ich weiß nicht, wie du auf den Lennon-Falken in der ersten Zeit gekommen bist. Danke, danke für dich. Ich bin sehr gut für mein Job. Schau mal, Marc. 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 Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Aber ich schätze mich warum Fortnite bei Star Wars ist. Warte mal. In der den Nachk清plen. Ich bin so süß. Wie ora ich mich warte, ob du in. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich kann ihn aus dem her. Ich kann ihn aus! Wollte ich ihn aus? Wie ihr denken? Voust du den weirdesten Moment im Moment? Wir wollen, wenn wir ihn an in vorne bringen. Wie soll ich ein��라? Wie kann es plötzlich entnungen sein? Lä die Schau mal bitte! Please welcome to the stage No, da kommt Gott eh, wenn ich noch raus aus dem Flugzeug No, Schäfer, wir kriegen dieses Spiel Hey, hey, hey Ey, das ist das Flug-Skywalker, ne? Wow, das ist nett Ja, das ist Ja, das ist Ciao Leute Ja, ihr könnt ihm auch vertreiben Ja klar Danke Hallo Salaam Hey Es ist unglaublich, dass du diese mit so Präzision sagen kannst, wenn deine Pants so tief sind Es ist unglaublich, hier zu sein Look at this Never before have we had a live conversation inside of Fortnite Oh, yeah, 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 this is unbelievable Everyone is dancing, emoting, having fun And uh, JJ, it's so exciting to have you here Now since we are in Fortnite, we're in this virtual world, anything can happen And uh, we might be a change even who you are, so you look great as yourself, but what if we change you into That's what I'm talking about That's what I'm talking about Thank you very much Dreams come true, my friends Your biggest dream of all could come true, because you've become your friend here What? Are you serious? Yeah, no way Here's the thing about the Stormtrooper Uh, what is your identity? Uh, uh, FN143 That's my name FN143 Yeah Uh, there are four digits Uh, the zero is silent Oh my goodness, you just turned into... is that my dad? Yeah Can you guys maybe do a dance together or something like that? Yeah, let's do it On three, three, two, one, let's go dad Okay, okay That's good Alright That's cool, that feels appropriate Look at my moves Sure, yeah You guys are looking good We can even turn you into me if we want, JJ No one wanna do that, but there you go Anything is possible inside of... That's amazing, two Jeffs, this is my fantasy It is fun being here Exactly The only thing is about FN143 Um, you know, I didn't know that you were gonna be here Thank you You were a little bit annoying, frankly Oh, that's funny In the shoot Uh... You kept wanting to do your soliloquy Yeah, so I had this big soliloquy that I tried to put into the movie anytime Oh, I could do it right now? You could do it right now if you'd like to Trooper What is a stormtrooper? Are we just the... the stuff we wear on top? Or is there more inside? Anyway You've been traveling around the world Of course the film, uh, comes out on Friday, December 20th Uh... I wanted to ask... ...about that, can we discuss how good I look here? Yes You look incredible I like BTS, JJ I look like I'm in a... Hey, have you the ships... Hey, have you the ships around the world? The thing that... Crazy... Action and comedy and surprises, uh... And I think it's, it's pretty moving too, so it's, uh... Hopefully it's good for everyone And of course... Uh... We want to do something kind of interactive With the millions of people around the world Who are inside of the game So, uh... You see those pads that are in front of the stage here? Well, they're going to come to life Because we're going to ask you a question About what you think this scene is going to be That JJ brought exclusively to Fortnite What is this scene about? There are four options Move to one of the pads To predict what you think JJ might show us here Um... From... Episode 9 Uh... Let's see here Everyone's locking in their choices here You're going to have, uh... About ten seconds remaining now Um... To make your choice And you can, uh... You see, we've got... Dark Jar Jar We've got the Jedi... Knights of Red... And Rey and Kylo power ballot Does this seem like FN... Well, in the comments... Uh... In the comments... Oh, look what we got Jedi mind trick, JJ Everyone thinks there might be a Jedi mind trick In this scene Are they right? If they want to see Then let's show them that scene Wow The power of that Alright, well here it is Uh... This has never happened before An exclusive premiere Of a scene from Star Wars The Rise of Skywalker Which is in theaters On Friday, December 20th I am in this scene Let's check it out I'm in this scene, definitely I'm in this scene Watch out for me in this scene You won't see him Aus Luna 4 6 5 5 8 10 12 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin der geschossen! LOL! Nein! Ich bin der Schmerzer! Ach du Scheiße! Ich hab mein blaues! Ich hab lilanes! Ich hab auch für lila gestimmt, ne? Lila fang ja schon meist. Voll geil! Bist du noch da? Oder hast du dich jetzt echt für immer gestürmt? Digga, das ist hier voll geil, Alter! Voll geil, ne? Zu krass! Was ist? Ey nein, die gewinnen! Nö, wenn die gewinnen lassen, lass ich zu! Ja... Ey, was ist das? Wie dann einfach der Klick kommt und die dann gefragt... Mach sie das auch mit uns, ne? Die Gewinner ist so scheiße, als er die gewinnen auch noch, Alter! Die gewinnen die Schmerzer! Ja, wir organisieren die am Anfang, Alter! Warum gewinnen die auf einmal? Ja, ich schwöre, ja, die haben sich vorbereitet mit Lichtschwert und Draufel! Und dann kann er mit Lichtschwert und Abwärm, ne? Und kann mit Lichtschwert und Abwärm, ne? Und kann mit Lichtschwert und Abwärm, ne? Und kann mit Lichtschwert und Abwärm, ne? Geht ihr wieder? Auf geht's! Ich guck mal, wie sie schrauben euch, ne? Warte mal, kann man abbauen, ne? Ich hoffe, man kriegt jetzt ne Minasor! Ey Leute, das war läuft!